Herzlich Willkommen Leute zurück zu Crash Landing mit Shigo. Hallo, warum ist es so warm? Warum ist das Wasser weg? Weiß ich nicht. Was hast du getan, was hast du getan? Ja, Vorsicht. Du musst auf mich aufpassen, weil mir sollte es noch ein paar Minütchen ganz kurz ein bisschen lenken. Was blödes, aber jetzt durch. Wo sind die ganzen Flaschen? Ich bin fast tot. Warum? Ich verhunger. Ich brauch jetzt was zu essen. Ja, warum? Ja dann iss doch was. Wo denn? Weiß ich nicht. Ich bin gleich down. Nein. Dann save dein Zeug vorher. Bist du wieder heile hier? Ja, bist du. Okay, gut. Wir haben wirklich nichts zu essen oder was? Äh, grad wohl nicht. Nein. Müssen wir was machen. Eine Keule noch. Boah. Nimm mit dir. So. Hallo? Wasser? Ähm. Reagiere? Mh. Oh shit! Nein! Fuck, 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 fuck! Was? Oh oh. Was? Oh oh! Nein! Oh shit! Ich glaub ich hab gerade auch so sein Salzwasser getrunken, das war nicht cool. Das war nicht cool. Verdammt, verdammt, verdammt! Aha! Flaschen und die ganze Flaschen haben die Flaschen. Oh je, oh je, oh je. Ich sterbe. Ich auch. Ich will mich gezielt umbringen, dann geht's schneller. Äh, nö. Solange du noch nicht tot bist, mach was sinnvolles. Du, Barrel machen was sinnvolles hier. Hallo? Geh doch mal voll. Wo ist dein... Ah! Ah! Was tust du? Das war ein Lightning Creeper. Er hat uns zerstört. Nein! Als ob da ein Lightning Creeper war. Bei mir war da nix. Da war ein Lightning Creeper. Warum? So ein Quatsch. Meine Barrels, die waren voll mit Wasser. Oh mann. Ich sterbe jetzt. Kacke. Wo soll denn da mehr für ein Lightning Creeper gewesen sein? Ja, der kam aus dem Graben da raus. So, wo geh ich denn hin? Ich bin so schwach, ich kann nicht mal Sand abbauen. Ja, ich sterbe jetzt. Ich auch. Gut. Ich sterbe zuerst. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Achtung! Achtung! Achso, ich muss erst mal mein Leben verlieren. Okay, gut. Mein Gott, mach doch hinne. Ego, wo bist du? Im Haus, damit ich in Ruhe sterben kann. Ego! Achtung! Achtung! Du bist eingegangen wie so ein Fleck. Oh, ich weiß. Wie so die Hexe aus dem Westen. Lol, warum ist mein Wasser noch so niedrig? Wollen die mich verarschen? Das ist doch nicht der hier ernst, oder? Was zum Teufel? Verdrüßt es mir wieder? Ja! Warum ist mein Wasser nicht resettet worden? Oh, warte mal. Warte. Warte, warte, warte. Könnte da ran liegen, weil da gab es nämlich einen Bug. Ja, wusste ich's doch. Was denn? Ich habe dir wusst, dass es ein Bug ist, wenn du kurz vorm Verdursten bist. Also, dass deine Wasseranzeige quasi stehen bleibt, wenn du stirbst und dann in der Singshell respawns quasi. Mein Zeug. Aufwohl. Tschüss. Ach, Mann ey. So, ich brauch Holz. Holz, 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 Holz. Und tschüss. Tschüssi. Wo sollte ich jetzt meine Durstanzeige sehen? Unten links, da wo sie immer ist? Was? Was ist normal? Äh, keine Ahnung. Hattest du irgendwas Dursttechnisches? Ich habe jetzt 44,15. Relog einfach nochmal. Besser ist das. Hast du die IP geheilt? Oh. Erinnere mich ja dran. Einmal mit Profis. Oh Gott, das muss ich mir aufschreiben, ey. Mein Gott. Mach es jetzt. Das ist wichtig. Und ungefähr bei 5 Minuten. Komm schon. Schreib 5 Minuten. Ja. Meine Güte, ey. Einmal mit Profis. Einmal. Einmal ein anständiges Mod-Pack, ey. Anständiges Mod-Pack gibt's immer. Wann wie man sie sieht. Wann kommen wir an Fackeln ran? Sobald wir Kohle haben? Wieso was willst du mit Fackeln? Naja, der Nightmare Creeper kam ja anscheinend aus dem Graben. Ja. Das heißt, er ist mir im Graben gespawnt. Ja. Oh. Wär's, wenn du dann mal bisschen Holz machst und aus dem Holz bisschen Kohle, hm? Na? Ja, das ist ja dein. Ich bin grad dran, mit Stein die Wand zu sichern. Ja, ich muss gucken, dass wir Wasser und Essen kriegen, du Honk. Ja, bis jetzt bin ich immer nur verhungert und verdurstelt. Also so viel als von deiner Arbeit noch nicht gesehen. Ja siehste, weil ich mich so nix kümmern kann. Hättest du den Graben ordentlich gesehen, dann wäre unser Wasser nicht abgebrannt. Was auch irgendwie echt lustig klingt. Wir hätten in die Stadt gehen sollen. Nein, um Gottes Willen. Hast du meine Kommentare durchgelesen, was in der Stadt ist? Ja, gelogen. War schon mal da. Nein, aber ich hab's gesehen. Du kannst es nicht wissen. Du? Oh Gott ey, komm. Bevor ich wieder eine neue Welt anfange, lass ich dich garantiert nicht in die Stadt. Na, hast du eigentlich den Leuten schon mal erzählt, dass als du alleine gespielt bist, du verrenkt bist, weil du nicht weißt, wie du mit dem Noncent umzugehen hast, wenn ich nicht da bin? Ach ja? Nachdem du gerade hast, unser ganzes Wasser sprengen lassen. Das wurde nicht gesprengt, das wurde verbrannt. Ja ist ja besser, dann haben wir ja noch was davon. Mhm. Mhm. So, und warum geht dieses Wasser hier nicht? Willst du mich verarschen, Wasser? Geht doch. Blödes Wasser, blödes. So. Äh, ich verdurste. Ach, come on ey. Hier kommt Wasser. Boah. Mach hinne. Es ist so warm. Meinst du, wir schaffen den Try überhaupt? Oh shit. Ja, das sollten wir eigentlich schaffen. Ich mein, wir sind gut dabei. Oh shit, haben wir, haben wir eigentlich Strings gehabt? Wolle? Stimmt. Das haben wir nicht. Oh, dann muss doch schon wieder eine Nacht durchstehen irgendwie. Und ich komm nicht raus. Ans Wasser. Organisatorisch nicht optimal. Und warum... Ach, jetzt geht doch voll. Deswegen hab ich dich gefragt, denkst du wir schaffen das überhaupt? Rein theoretisch, ja. Ach hinne. Oh Gott. Sie kommen, um uns zu holen. Ach Mist, wir müssen dringend unsere Stinks wieder aufbauen. Oh Gott. Ich kann ein paar Sachen nicht aufheben. Das ist komisch. Aber wenn ich mal irgendwo... Holz... Äh... Hörst du mich noch? Ja. Bitte stirb nicht jetzt. Jetzt wäre scheiße zu sterben. Ich bin wieder da. Gut. Oh, ich brauch dieses Holz. Oh Gott. Binnen und Zombies und alles werden mich niedermachen, aber ich brauch das Holz. Nein, gerade nicht. Moment. Ist das eine richtige Pickaxe? Was? Kann man die öfter nutzen, die Pickaxe in der Kiste? Ja. Dann nehm ich die mit. Oh Gott, ich krieg nen Anfall hier. Mach draußen keinen Scheiß. Wir sind grad nicht gesichert. Geh nicht raus. Mach zu. Gut. So. Oh Gott, die Waschmaschine. Päm. So. Wie viel ist da drin? Vier. Gucken wir mal, wie die Kuppe da mit voren kommen. Ich nehm mich auch mit. Ach, die Pickaxe. Ja, die Pickaxe zurück. Ich brauche sie. Danke. Woraus machen wir nochmal Fackeln? Aus. Also, wir haben ja keine Kohle. Ähm. Gleich schon. Ähm. Okay, Moment. Also erstmal brauch ich die Kohle für unseren Generator. Ansonsten blöd, aber der läuft ne halbe Stunde damit. Das ist gut. Hast du deinen Singshot schon angefasst? Ja. Gut. Ich glaub, es steht halt. Da steht so. Okay, es baut, es baut. So, Fackeln. Da. Hast du mir zwei Kohle? Ja. Für acht Fackeln. Muss reichen. Wir müssen sparsam sein. So. Habe ich hier drin Barrel? Hast du da auch ein bisschen Wasser für mich? Warte, mach ich dir. Ähm. Einmal Wasser für dich hier. Gottchen, ey. Stress. Stress, Stress. Yes. Derbe Joy. Yep. Yep, yep. So. Wir müssen mal gucken, dass wir die Quests vorantreiben hier. Ups, das ist das falsche Buch. Ja. Nein. Was brauchen wir denn? Ähm. Holz-Tools. Oh Gott. Ich weiß schon was davon gemacht. Wooden chestplate, wooden bla 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 bla. Da kriegen wir aber nichts Tolles. Ist egal. Irgendwo, warte mal. Ne, dafür nicht, aber für das danach. Dafür kriegen wir gute Sachen. Dann müssen wir nämlich ganz viel... Also wir müssen... Also die müssen wir machen, um die guten Sachen freizuschalten. Das ist wichtig. Heißt, nächstes Tag auf jeden Fall ganz viel Holz sammeln. Dass ich die Utensilien hier machen kann. Was brauchen wir für ein Bett? Den Bowl. Ähm. Jeweils drei Wolle. Was brauchen wir für drei Wolle? Ähm. Vier Strings. Für eine Wolle. Also zwölf Strings. Wieviel hast du? Acht. Da. Dann haben wir fast eine zusammen. Eine Bett. Eine Bett. Fast oder haben wir eine Bett zusammen? Elf. Oh Gott. Oh, ein Gas ist da außen. Was? Oh lol. Oh Gott. What the fuck? Kommt angeflogen sogar. Der hat einen Creeper auf dem Kopf. Und ein Ninja-Zombie. Oh Gott. Hier. Östlich. Der hat so eine Maske auf. Jo. Oh Gott. Oh Gott. Einzummen hier. Oh Gott. Diese Viecher machen mich fertig. Gas verbrennt am Tag nicht, ne? Gas brennt überhaupt gar nicht. Na klar. Du kannst ein Gas anzünden. Nein. Gas kriegen kein Feuerschaden. Natürlich. Du kannst ihn aber anzünden. Echt? Ja. Du kannst. Wenn du den mit dem Feuerball zurückschlickst, brennt das Ding. So. Wo war ich? Ach genau. Ich wollte Wasser machen. Oh. Was ist das denn für eine Spinne? Hallo. Die ist blau. Weil nicht. Irgendwas ganz fieses. Wird gar nicht wissen. Vom Posting. Mach hin. Der Gas ist näher. Also wir können nicht raus. Dann schießt der. Dann muss ich mit dem Feuerball zurückschlagen. Gib mir die Holzrüstung. Ich hab noch keine Holzrüstung, weil wir ja kein Holz haben. Weil du ja keine Bäume fällen willst. Ich muss die Wand machen. Wir werden alle sterben. Hab ich mir schon gedacht, als du dich ums Essen kümmern wolltest. Boah ey. Mann. Ich kann dich nicht leiden. Glaube ich dir nicht. Warum nicht? Ach nee. Nächst mal baue ich das Gebiet viel kleiner. Okay. Oh mein Gott. Ich brauche irgendwas zum Verbrennen. Das machen dort. Oh. Eigentlich viel zu schade. Gott. Wenn wir uns direkt auf Stein konzentrieren, wie schnell können wir an Stein kommen? Wieso? Wir haben noch genug Stein. Beim nächsten Mal. Hä? Wenn wir das nicht überleben sollten. Ach so. Wie schnell komme ich an Kobbel? Ja, so schnell wie jetzt auch. Ungefähr. Wieso nicht schnell? Weiß ich nicht. Ich brauche Redstone. Ich brauche Eisen. Warum ist der Part jetzt zu Ende? Gut. Gut. Also Leute. Schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut mal bei Shivo vorbei. Und bis dahin. Ciao. Tschüss. Guińst Tiere. Wo Nevertheless. Untertitelung des ZDF, 2020